UNTERTITELUNG Carillos Angriffe auf Pablos Einrichtungen in Medellin setzten Escobar mehr und mehr unter Druck. Carillo war der Ansicht, dass uns jeder tote Sicario Escobars Ergreifung einen Schritt näher brachte. Die Kika will viele Menschen töten. Warum will sie dich töten? Weil ich kann sagen, wo ist Pablo Escobar. In einer Stunde werde ich ihn mit dem Pablos. Er wohnt im Norden. Ich muss die Richtung an die Gringos. Entstehen? Kenia. Karina novena. 98.3 Ok, listo. Wir werden dort in 20 Minuten. Also bequen Sie. Simicornet. Atentos! Vamos! Wie sieht's aus da draußen? Todo está tranquilo. Murphy, esa noche los tragas, los bagas tú. Vergesst auf dem Rückweg nicht unsere Kippen mitzubringen. Fantasisch! Als nächster wäre, wir sehen uns am nächsten Morgen. 一 Meter schauen. Es kippen die Kippen mit der Koppel. Kippen die Koppel. Halt eine Aufmerksamkeit mit einer Besucherinnen aus der Ökonomie. Aus neue Anbau.